Knisterndes Vorspiel Windelkick unter Frauen Der Besuch bei Coras Eltern ist vorüber. Nun wird es für die Freundinnen Zeit, eine wohltuend nasse Windel zu zelebrieren. Cora und Fanny sind waschechte Daipa-Lover und genießen an diesem Tag nicht nur das feuchte Gefühl am Po ausgiebig, sondern auch das Prickeln im Bett, für das das Nassmachen ihrer Windeln ein sexy Vorspiel war. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage